Oh Mann, jetzt hat der Nefarius schon wieder den Dimensionator. Nicht oft genug. Darf ich mal? Aber gern doch. Was soll denn da? Ist das ja jetzt schon der Egg Company, oder? Oh, du. Oh, Alter! Hast du die Dinge hier? Au! Nicht zu blöd zum Ausweichen. Der Bambi ist so stark, Mensch. Heiß. Brotensgeil. Der ist gebraucht zu spielen, mein Bund. Au. Der Bambi ist richtig nice. Ich mach euch Feuer damit an! Uh! Das ist die Botkämpfe, das ist richtig nice im Spiel. Oh, Alter, machte der für den Spann. Oh, Alter. Lass mich meine Herrschaft genießen. Was machte der für einen Blödsinn? Nicht gut aus. Ich hab alles im Griff, ist alles gut. Wohl andere Viecher hier. Was hast du mit dem Imperator gemacht? Ich hab den Typen nie gesehen. Denn... Den Typen? Ich bin er! Er, das kaufen wir dir ab. Alter, wir folgen ja sogar ein bisschen. Was? Das war's schon! Oh, okay. Ich hab den Typen nie gesehen. Denn... Ich bin er! Er, das kaufen wir dir ab! Oh! 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 Ich mag das, wenn's so viele Botkämpfe sind. Aber ist das schon der Endkampf? Ne, oder? Machen wir mal einen Drittsavleiter. Muss mal ein bisschen zappeln, oder? Oh, geil! Wenn doch der Thema, das auf deinem Rücken ist, wird mir meine neugefundenen Runde nehmen! Ich sag, das ist so geil! Ist ja rumgezückt gedacht! Wie wäre das Publikum? Wie wäre es mit einem... Tapetenwechsel? Bein kann ich nicht mehr verletzen. Weißt, der Bosskampf ist halt richtig gut gemacht. So? He... Highgenein ist unfair. Also, wenn! Der hier? Für mich! Braa... Braa... Ich lieber zupfen! Geil! Hier komme ich her. Lustige Geschichte. Seht das geil aus. Das ist cool. Flaudert ihr etwa? Guck, tu so, als wäre ich keine Bedrohung. Oh nein. Ich weiß nicht, dass ich hier. Ich bin es, euer Imperator. Brillant und mächtiger denn je. Ich hab den aber auch bestgepüchst. Hihihihi. Alter, was hat denn der da alles? Der ist ja voll die Killermachine, der Typ. Ja, ist er am Waffen abgibt, wie er hat. Mann, mein Scheiß Wort, der ist nicht aufrecht. Die, ne. Vielleicht mal ein... Der Ackerbottkampf. Mehrere Angriffsmuster, mehrere Fasen. Ich mach das. Wenn ich zum Bosskampf mehrere Fasen habe, ist das cool. Der Querschweger ist einer meiner Lieblingswaffen. Mach ich, den find ich voll cool, den 5-Wall-Din. Naja, jetzt kommt bestimmt der Setzer, oder? Er hat seine Supernova schicken. Nahahahaha. Das war eigentlich schon nice gemacht, muss ich sagen. Ey, war mal abgeschossen. Wieso sind die Knöpfe nicht verschlefftet? Wieso sind die Knöpfe nicht verschlefftet? Du hast du das gemacht, für ein kleines bisschen Macht, hm? Ich kann es nicht erinnern, Sie und Ratchet, für ein Publikum aus meinen jubelnden Fans, zu vernichten. Oh Mist, wo ist er denn? Oh Gott. Was hab ich denn überhaupt noch? Mach mal was hier. Was ist er denn? 1% da noch, ach komm. Jetzt hat's, zack. Boah, cool, sogar mit Pilz. Ja, das ist für dich geil bei Entschwischensequenzen, dass der Helm da drauf geht. Gut, mach. Gut, jetzt kommt der andere Nefarie, oder? Tatsache, ist er. Boah, der hat aber ganz anderes Material, oder? Wow, was für ein Kampf. Ist der Spaß schon vorbei? Kommt schon, Applaus für Rivet und ihren ersten Sieg. Ich wünschte, ich hätte früher hier sein können, aber ich kann mit Freude verkünden, dass ich alle meine Gegner neutralisiert habe. Hahaha. Ausgenommen, Captain Quantum. Und, äh, egal. Als ich hörte, dass der Rebellen Lombax gegen mich kämpft, da musste ich... ...zusehen, wie jeder deine Niederlage feiert? Wer feiert denn hier? Meinst du die? Hahaha. Nein. Die ganzen Tribünen verschwitten lassen. Nice. Warte. Ich bekämpfe Rebellen schon seit Jahren. Ich helfe dir, sie auszulöschen. Ah, mein... Seltsamer Fan möchte mir helfen. Hahaha. Wie verlockend. Gestalten wir es interessanter. Ein Heimspiel vielleicht? Er will nach Sargasso. Ich muss vor ihm da sein. Wir kommen mit dir. Ratchet, wir müssen Quantum führen. Also war doch nicht der Endkampf. Er ist der letzte Rebell auf der Liste. Reist nach Adonis und sucht Pierre. Er bringt euch zu ihm. Na, ich frage euch denn. Moment. I'm done.